Motsi Mabuse, so hat sie 14 Kilo verloren. Motsi Mabuse strahlt über das ganze Gesicht. Kein Wunder, nach der Geburt ihrer Tochter hat sie wieder ihre Traumfigur zurück. Erst im August ist Motsi Mabuse zum ersten Mal Mama geworden. Ihre Tochter ist der ganze Stolz der Letztenzjuroren und das Wichtigste in ihrem Leben. Keine Frage. Trotzdem ist sie jetzt froh, wieder ihre alte Figur zurück zu haben. Wie sie das geschafft hat. Motsi Mabuse, 14 Kilo weniger satte 14 Kilo hat Motsi Mabuse abgespeckt. Ihr Geheimnis, Weight Watchers. Ich habe nach der Schwangerschaft eine Weile gebraucht, um wieder Zugang zu meinem Körper zu finden. Daher waren meine Schwangerschaftspfunde erst einmal zweitrangig. Aber mir war es super wichtig, mir nach der Geburt keinen Druck zu machen. Schließlich ist jeder Körper und jedes Wohlfühlgewicht anders. Daher kann ich auch euch nur empfehlen, tut das, was für euch richtig ist, schreibt sie bei Instagram. Ich habe nach meiner Schwangerschaft 14 Kilo verloren und WW gibt mir einfach genau die Power, die ich als Mama brauche, schwärmt sie weiter. Für sie die perfekte Methode, ohne viel Stress die Pfunde purzeln zu lassen. Und wie stolz sie auf ihren Body ist, zeigt die 37-Jährige auch Happy vor der Kamera. Motsi Mabuse will noch mehr abnehmen. Obwohl Motsi Mabuse schon 14 Kilo verloren hat, will sie noch mehr Pfunde loswerden. Ich werde es weiterhin gelassen angehen. Ich möchte gerne noch ein paar letzte Pfunde loswerden, aber ich mache mir keinen Stress. Ich fühle mich wieder wohl und stark, erklärt sie. Und das wird sie sicher auch schaffen. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!